Und zwar dieses Mal zu einem Video über das Thema Makros, denn ich wurde in der letzten Zeit immer wieder öfters gefragt, Brocken, wie kann ich ein Makro bauen, um bestimmte Fähigkeiten so zu machen, dass sie zum Beispiel unter mir sind oder dass ich zwei Fähigkeiten in einem Makro basteln kann. Dafür möchte ich euch heute hier die Grundrohlinge liefern. Wer jetzt auf das Tutorial keine Lust hat, wie ich erkläre, wie welches Makro genau funktioniert und für was es da ist, darf natürlich gerne jederzeit unten in der Videobeschreibung einfach oben auf den ersten Link draufklicken. Dann kommt ihr direkt hier hin, könnt euch die Makros einmal selber angucken, einfach kopieren, eure Fähigkeiten einsetzen und schon habt ihr natürlich Spaß mit den Makros. Ansonsten fangen wir jetzt einfach mit den Makros direkt einmal an. Ganz oben haben wir ein relativ einfaches und simples Makro, einfach mit zwei Fähigkeiten, die wir mit einem Cast kombinieren können. Das heißt Slash Cast, da mache ich oben zum Beispiel als Krieger Sturmangriff rein, da unter Slash Cast Heldenhafter Wurf. Das heißt, ich mache einen Sturmangriff und werfe direkt die Axt. Das kann ich aber auch mit Drachengebrüll oder natürlich auch mit Klingsturm kombinieren. Nachteil ist hier dann aber dabei, man muss bedenken, die Fähigkeiten haben unterschiedliche Abklingzeiten. Das heißt, wenn ich einen Sturmangriff mache, mache ich natürlich meinen Klingsturm. Danach mache ich nochmal meinen Sturmangriff, darf dann aber nicht erwarten, dass dann das Makro die Mechanik aushebelt und nochmal ein Klingsturm aktiviert wird. Nein, da muss man warten, bis dann wieder der Klingsturm oder Drachengebrüll oder andere Fähigkeiten von euren Klassen natürlich wieder ready werden. Denn dabei ist natürlich, dann muss man auch immer bedenken, der Nachteil zum Beispiel, wenn dann zum Beispiel wieder der Klingsturm oder die andere Fähigkeit ready ist und man will sie nicht gerade benutzen und würde dann zum Beispiel einen Sturmangriff als Krieger machen, aktiviert man automatisch die andere Fähigkeit damit, obwohl man sie vielleicht gar nicht aktiviert haben möchte. Daher würde ich dort immer nur Fähigkeiten reinmachen, die ihr vielleicht nicht als ganz so wichtig achtet. Als Krieger, wie gesagt, kann man einen Sturmangriff reinmachen und einen heldenhaften Wurf oder sowas, Carsten, wo direkt einfach eine Waffe wirft und dann funktioniert das Ganze hier relativ simpel. Danach als nächstes Makro haben wir hier ein Makro, das ist fast das gleiche, nur dass wir hier US-13 oder US-14 benutzen. Das sorgt einfach dafür, dass wir unsere Schmuckstücke mit in das Makro einbauen können. Das benutze ich sogar relativ gerne, denn zum Beispiel könnte man jetzt als Krieger hier oben Cast Avatar reinmachen, dieser hat eine Abklingzeit von 90 Sekunden. Wenn das Schmuckstück oben auf dem oberen Platz ist, dann mache ich US-13 rein und dann würde ich zum Beispiel wissen, okay, wenn mein Schmuckstück jetzt auch noch 90 Sekunden Abklingzeit hat, ist das natürlich immer perfekt. Dann drücke ich das Schmuckstück, Avatar geht an und mein Schmuckstück geht an, so kann ich eine Burstphase relativ stark kombinieren, ohne dass ich halt zwei Tasten drücken muss. Als nächstes Makro haben wir hier ein Makro, damit kann man zum Beispiel den Cooldown einer Fähigkeit zurücksetzen und währenddessen andere Fähigkeiten zum Beispiel theoretisch gesehen dauerhaft wirken, solange sie funktionieren. So, als allererstes haben wir hier eine Cast Sequenz mit Reset XX, da müsst ihr hier einmal die Zeit eintragen von der Fähigkeit, wie viele Sekunden Abklingzeit die Fähigkeit hat, auch mit der Kommastelle. Wenn ihr jetzt zum Beispiel, beim Monk benutze ich das immer sehr gerne, dort mache ich den Kranich-Kick, der hat eine Abklingzeit von 5,6 Sekunden, dann trage ich hier ein 5,6 Sekunden. Danach, weil danach habe ich ja diesen, nee, ups, falsch, umgekehrt, ich habe hier vorne, so genau, hier vorne habe ich 5,6 Sekunden, danach die Fähigkeit rauschender Jadewind. Das ist beim Monk-Tank ja das quasi, dass immer diese Blätter um einen rumgehen und danach vorne die Abklingzeit und danach habe ich hier hinten meinen Kranich-Kick. So oft wie möglich mit Komma, ein Komma und dann immer dahinter habe ich sechsmal meinen Kranich-Kick zum Beispiel gehockt, das heißt, ich drücke einmal drauf, mein rauschender Jadewind geht an und danach mache ich Kranich-Kick, 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 Kranich-Kick. Den müsst ihr natürlich so oft eintragen, wie ihr das möchtet. Wenn ihr sagt, okay, ich möchte einmal rauschender Jadewind und möchte dann nur dreimal meinen Kranich-Kick zum Beispiel drin haben, dann auch nur dreimal eintragen, dann könnt ihr ihn auch nur dreimal nutzen und das Makro-Resetet sich dann automatisch nach dem Zeitpunkt, den ihr eingetragen habt und dann fängt das Ganze wieder von vorne an. So könnt ihr bestimmte Fähigkeiten, wie zum Beispiel, nehme ich bei Monk, einfach den rauschenden Jadewind immer dafür sorgen, dass ihr den nicht auf eine zusätzliche Taste euch legen müsst. So habt ihr den automatisch mit Blackout-Tritt, habe ich das gleiche gemacht und mit dem rauschenden Jadewind, mit Blackout-Tritt und Kranich-Kick habe ich das so gemacht. Das heißt einfach, dass ich den Jadewind dauerhaft aktiv habe, ohne ihn extra drücken zu müssen. Ziemlich simpel, wenn noch Fragen natürlich zu irgendeinem Makro sein sollten, einfach unten in die Kommentare reinschreiben, setze ich mich sehr gerne mit euch in Verbindung. So, ja, dann haben wir hier ein Makro mit Mouse-Over, da haben wir einfach Slash-Target, Mouse-Over, Slash-Cast. Da könnt ihr zum Beispiel einen Stormblitz oder eine andere Fähigkeit drauf machen, das heißt, da wo euer Mauszeiger auf das Ziel geht, würdet ihr das machen. Wenn ihr jetzt zum Beispiel da einen Sturmangriff drauf macht und würdet dann auf Mouse-Over, auf den Gegner gehen, der ist in Reichweite und ihr würdet das drücken, dann würdet ihr auf den Gegner direkt einen Sturmangriff machen, den ihr dort mit dem Mouse-Over hier versehen habt. Ja, gerade mit dem Unterbrechen, man kennt es immer in Instanzen oder auch im Raid manchmal, man unterbricht und man weiß manchmal vielleicht auch gar nicht, wer unterbrochen hat. Gerade in Random-Gruppen ist das immer etwas tragisch. Mit diesem Makro könnt ihr euch das ganz einfach machen. Slash-Use dann die Fähigkeit, mit der ihr unterbrecht. In dem Fall, was weiß ich, zuschlagen oder schlagen oder wie auch eure Fähigkeit dann heißt, eintragen, Prozent T. Nun einfach reinschreiben, was ihr habt, habt gekickt, dann wird das einfach eurer Gruppe oder eurem Raid mitgeteilt. Ist einfach nebenbei mal so ganz praktisch, dass man den Leuten nochmal quasi mitteilt, okay, hier, ich habe unterbrochen, dann brauchen die anderen das nicht tun. Als nächstes haben wir hier auch ein ganz simples Makro, Add Player. Das sorgt einfach dafür, wenn ihr dieses Makro hier benutzt und die Fähigkeit dann hier hinten eintragt, damit könnt ihr eure Weihe, euren Tod und Verfall, eure Metamorphose vom Dämonenjäger direkt da wirken, wo ihr steht und müsst sie nirgendwo anders natürlich mehr platzieren. Kann in manchen Fällen einfach relativ simpel sein. Ihr habt einen großen Pull gemacht, alle stehen in E als Tank um euch rum und ihr wollt euren Tod und Verfall nicht nochmal selber mit dem grünen Kreis setzen. Dann kann dieses Makro dafür sehr hilfreich sein. Als nächstes haben wir hier ein relativ einfaches Makro, das ist fast die gleiche Art wie von oben, nur dass es dieses Mal so ist, dass wir die Fähigkeit dort machen, wo sich unser Cursor befindet. Dort können wir natürlich einen heldenhaften Sprung hin machen, wir können dort unsere Weihe, unseren Tod und Verfall, unsere Metamorphose etc. pp natürlich unseren Enterhaken beim Schurken da setzen, wo sich unser Cursor befindet. Er spart es halt auch nochmal zusätzlich, dass wir diesen grünen Kreis haben und diesen irgendwo setzen müssen. Andernfalls können wir das Ganze natürlich auch relativ simpel kombinieren. Wir können die beiden Makros quasi in 1 reinschreiben, das heißt, so wie ich es jetzt hier gerade geschrieben habe, wäre es jetzt so, wenn ich die Alt-Taste gedrückt halte, dann würde die Fähigkeit dahin gehen, wo mein Cursor sich befindet, also der Mauszeiger. Wenn ich nicht Alt drücken würde, dann wäre es einfach direkt unter mir. Das heißt, ich lege mir die Fähigkeit auf T, drücke drauf, dann wäre es Add Player. Halte ich Alt gedrückt und drücke T, dann wäre es da, wo sich mein Mauszeiger befindet. Man könnte das Ganze statt Alt auch mit Shift ersetzen, dann müsstet ihr Shift gedrückt halten und dann da, wo sich der Mauszeiger zum Beispiel befindet. Ist ja praktisch, so hätte man theoretisch gesehen ein Makro für beides, falls man situationsbedingt doch mal sagen muss, okay, Mist, ich brauche jetzt gerade meine Metamorphose nicht unter mir einfach nur, dass ich stehen bleibe, sondern ich muss irgendwo schnell hinspringen. Dann könnte man sich das quasi in einem Makro so relativ einfach kombinieren. Ja, dann haben wir noch hier unten Makros für unseren Pakt, quasi einmal mit Add Player, einmal natürlich mit Add Cursor. Da müsst ihr dann hier hinten einmal statt Kyriana, wenn ihr Ventier seid oder Night Fae, den Pakt eintragen. Ich habe das letztes Mal ohne probiert, da hat es nicht funktioniert leider. Deswegen einfach Showtool-Tipp, dann eure Fähigkeit, in dem Fall natürlich die Paktfähigkeit, dann Add in Klammern, Kyriana, Ventier, Night Fae eintragen und dann nochmal hier unten ebenfalls die Fähigkeit mit Add Player. Das heißt, beim Krieger zum Beispiel wäre dann der Speer der Bastion direkt da, wo ihr stehen würdet. Wenn ihr das Add Player macht, wenn ihr das Add Cursor macht, dann wäre eure Fähigkeit natürlich der Speer da, wo sich der Mauszeiger befindet. Danach habe ich hier noch ein Makro gemacht, das ist quasi eher was für die Heiler unter euch. Mit Slash Wirken, Target gleich Fokus Target und dann die Fähigkeit. Das heißt, ist relativ praktisch zum Beispiel, ihr seid jetzt Heal Schamane, dann könnt ihr das Makro zum Beispiel schreiben mit Flammschock, mit Lava Eruption, Kettenblitz, Blitzschlag zum Beispiel. Dann nehmt ihr den Tank als Fokus ins Target und dann heilt ihr ganz normal über eure Fähigkeiten, über eure Add-ons und wenn ihr dann Schaden machen möchtet, dann braucht ihr einfach nur noch 1, 2, 3, 4 drücken. Die Schadensfähigkeiten quasi, da ihr den Tank im Fokus habt, würdet ihr niemals einfach ein falsches Ziel angreifen und ihr habt auch nicht das Problem, dass ihr mal kein Ziel im Target habt. Es ist einfach relativ praktisch so, dann Schaden zu machen als Heiler. Ja, dann habe ich hier zu gutem Letzt nochmal ein komplett kombiniertes Makro quasi, da könnt ihr 3 Fähigkeiten in 1 reinbauen. No Mod heißt quasi, ihr drückt die Taste einfach nur so. Wenn ich jetzt hier oben, sagen wir mal, Überwältigen reinmache und drücke T, dann würde Überwältigen kommen. Wenn ich dann hier unten auf Alt Mod zum Beispiel mir tödlicher Stoß mache, dann würde ich Alt gedrückt halten und T drücken, dann würde ich den tödlichen Stoß machen und wenn ich dann Shift gedrückt halte und T drücke, dann eine andere Fähigkeit wie Avatar. Könnt ihr euch da drauf, da könnt ihr euch natürlich auch einfach theoretisch gesehen alle eure Börsfähigkeiten reinmachen. Da könnt ihr euch als Krieger, könnt ihr euch da, was weiß ich, zum Beispiel hier oben reinschreiben, ich möchte meinen Avatar nutzen und da unten, keine Ahnung, möchte meinen Pot nutzen oder sowas. Da kann man dann 3 Fähigkeiten quasi in 1 Makro reinschreiben. Ist relativ simpel, man drückt einfach T-Fähigkeit, Alt-Fähigkeit, Schifffähigkeit, dann hat man 3 Fähigkeiten quasi in 1 Makro schon verpackt. Ja, zu guter Letzt habe ich hier nochmal so ein Verkaufsmakro, braucht man glaube ich in der heutigen Zeit nicht mehr. Vielleicht möchte das der eine oder andere nutzen. Die Makros sorgen quasi dafür, hier unten einmal, das ist, wenn ihr verkauft, alle grauen Items, wenn ihr da drauf drückt, das hier verkauft, alle weißen Items, wenn ihr da drauf drücken würdet, wenn ihr bei einem Händler steht und dieses Makro hier unten verkauft, alle grünen Items, wenn ihr an einem Händler stehen würdet und drauf drückt. Ja, das waren soweit eigentlich alle bekannten Makros, wie man sie schreiben kann. Die Rohlinge zumindest dafür. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem kleinen Video ein bisschen wieder weiterhelfen, wie man relativ schnell und simpel Makros bauen kann. Wenn ja, lasst mir doch gerne einen Daumen nach oben da, dann weiß ich das. Und wenn ihr, wie gesagt, Fragen habt, einfach gerne unten in die Videobeschreibung reinschreiben, so viele Fragen, wie ihr habt. Ich werde sie dann natürlich so schnell wie möglich beantworten. Und wenn ihr von mir gar nichts mehr verpassen möchtet, so könnt ihr jetzt jederzeit gerne rechts außen einmal auf abonnieren und drücken, dann seid ihr immer auf dem Laufen, was ich gerade wann wie und warum mache. Ansonsten wünsche ich euch auf jeden Fall noch einen schönen, angenehmen Tag. Bleibt gesund, bleibt munter. Ich bin raus, euer Brocken. Ich bin raus, ich bin raus. Ich bin rinf지를FRCR. Vielen Dank.